hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen video auf meinem kanal heute befinden wir uns mal wieder auf der map ruhrgebiet und zwar fahren wir hier die 188 in richtung oberhof vom moviepark aus wie man hier auch so schön im hintergrund sieht so kein fahrplan drin wie ich gerade so merkt machen wir doch mal eben schnell 188 doch das ist der jahr 12 15 fahren wir los waren gegen die mittagszeit weiß zwar nicht wie viele fahrgäste da jetzt dran sind doch das werden wir gleich sehen so 188 route 1 hoffe ich jetzt einfach mal synchronisieren das ganze hier mal da wären rollband haben ich hoffe der macht hat jetzt auch was ich hier will wenn du schon mal motor anmachen ach so dafür synchronisieren da oberhausen hauptbahnhof kommen dann schlucken wir ebenso durch dauert jetzt ungefähr die hälfte der folge dann haben wir die linie gefunden dienstfahrt discobus antreffen ein davon war nicht hier sind gehe ich in horst nein gottrop zopp was u bahn sind wo nicht immer noch keine u bahn hatten wir schon oberhof na guck doch mal so jetzt noch hier die linie die 188 188 188 perfekt so jetzt haben wir das brauchen wir mal Lenkrad Lenkrad haben wir auch solche nummer ist denn das die 20 ah ok die 20 so fangen wir mal vor wenn da nicht noch ein Kollege steht ne steht da nicht die fahrgast und soll es doch ganz ordentlich ein ticket schön schön ich bin heute ganz gut ein kinderforschein bitte guten tag guten tag hi hi guten tag wo ist es jetzt schon voll das sehe ich ja jetzt erst habe ich zu verabendet ich wollte gerne nur 3 haltestellen fahren steig auf bitte nach 3 haltestellen wieder aus so jetzt haben wir das stellen wir mal die uhrzeit hier auf 14 und glaube ich nochmal ungefähr die selbe anzahl an menschen nachdem die k.i. sich geladen hat mal kommen ich merke das schon das ist viel zu voll kommen wir nicht um die kurve oder doch so ich hoffe mal dass es nicht zu es geht es geht es ist angenehm es ist machbar wo steckt man fahrt Bye. Na, und ist er um sie. Nächste Haltestelle, Vigas Camp. Nächste Haltestelle, Vigas Camp So, Tür geht nicht auf. Hallo. Hallo. Ihr wisst hoffentlich, dass nicht mehr allzu viel Platz hier in dem Bus ist. Nächste Haltestelle, wo es fällt. Na, feil, sehe nix. Nächste Haltestelle, Vigas Camp vorn. Irgendwie haben wir die moderneren Busseer ein paar Probleme mit das zu tun. Nächste Haltestelle, Puhberg. Moment, wollt die da rein? Ja, tatsächlich. Hallo. Und was haben wir hier? SB. SB 16. Oder da biegen. Oder da biegen. Nächste Haltestelle. Geisenbusch. Ja, du darfst fahren. Komm, ich stehe hier eh noch. Danke. Besser, wir wissen nicht, vor die Kau. Nächste Haltestelle. Maschinenhalle. Nächste Haltestelle. Will ich hier wieder einsteigen? Ach, guck mal, da wollen Leute rein. Warum sagen die denn nix? Können anklopfen. Einmal Preistufe A, bitte. Bitte schön. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Steige öfter aufs Rund. Und sei halt heute den ganzen Tag unterwegs. Das ist gar kein Thema. Nächste Haltestelle. Schultenbrücke. Du wartest. Nein. Draufgemacht. Ja, toll. Wie soll ich das denn machen? Fahr. Aber bitte nicht in mich rein, sondern um mich rum. Danke. Hallo. Hallo. Der Bus beschweinigt sofort im Schönen. So fährt er nicht. Wenn ich aufs Gas drücke, sind wir gleich über 50. Nächste Haltestelle. Wortstraße. War viel zu schnell. Ja. 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 Nee, willst du nicht? Nicht. Nächste Haltestelle, Schuldwiese. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich hier fahren darf. Ah, 50, okay. Wollte ich mich vielleicht noch ein bisschen daran halten. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich hier bin. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich hier bin. Nächste Haltestelle, Gladbeck West Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Regionalzügen und der S-Bahn. Ich glaube, ich habe Grün, ja habe ich auch. Ich glaube, ich muss hier mal eine Tour abends gegen 18 Uhr fahren oder so. Gucken, wie voll es dann hier wird. Nur mal so ein SEV. Bleibt doch stehen. Wollte ich ja sowieso noch mal fahren. Oh, demnächst. Wenn es so lange noch gilt. Guck mir jetzt nicht die Ampel auf. Darf ich gleich noch nicht vergessen, wieder rauszunehmen. Ah, das Ding. Okay. Ding fällt auch mit angezogener Bremse irgendwann mal los. Ah, ja. Na komm, Ampel. Mach jetzt Grün. Ah, Dankeschön. Da muss ich sagen, der Bus kommt hier die Uhr. Da muss ich mich. Woher geht? So, wie war das Muster? Ganz rüber, ne? Ja. Ist der nicht? Den habe ich nicht gesehen. Na toll. Das wird dauern. Nächste Haltestelle, Nordpark. Und vielleicht fahrt ihr davor noch mal. Dankeschön. So, ich muss jetzt eh warten, bis die Ampel wieder grün ist. So. Ja. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo, Busfahrer. Hallo. Hallo. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Hat sich aber gut geleert, der Bus. Wie ich doch die roten Arme. Bleibt doch schön. Stehen. Die Ampel mögen mich nicht und ich mag die Ampel. Nächste Haltestelle. Talstraße. Ja, 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 ja. Der Bus ist breiter als ich dachte. Wer dafür, dass es, dass die Leute einen extra Fahrschein brauchen, wenn sie meckern? Kann man sich überlegen, ob man sie mitnehmen will oder nicht. Ja, 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 ja. Nächste Haltestelle Pölderlin-Straße. Guten Tag. Schönen guten Tag. Nächste Haltestelle Goetheplatz. Umsteigemöglichkeit zu den anderen Buslinien. Umsteigemöglichkeit zu den anderen Buslinien. so wollen ja noch leute einsteigen ich glaube nicht nächste haltestelle oberend haltestellen wir bitten alle fahrgäste auszusteigen meine güte ist los war jetzt da jemand da kommt keiner kommt von der anderen seite einfach mal auch keiner mit in der stadtrundfahrt sind aber heute oft hier willst du hin achte das ok der da seine enttöte stelle feierabend kollege mit passagier egal wir sind jetzt auch an der enthaltestelle angekommen ich hoffe euch hat es gefallen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like da abonniert diesen kanal wenn ihr nichts mal verpassen wollt folgt mir auch gerne auf twitter und dort erfahrt ihr wenn ich es nicht gerade vergesse sämtliche neuigkeiten über meinen kanal link unten in der video beschreibung ich sage ciao bei bei bis zum nächsten mal euer momsi dann